hey zusammen willkommen zu einem neuen video von mir ich durfte mir extensions aussuchen und zwar von vp fashion ich trage zwar gar keine extensions mehr aber für ab und zu vielleicht für besondere anlässe finde ich das dann doch ganz cool vielleicht mal wieder lange haare zu haben und ja da ich meine haare sowieso nachtönen muss dachte ich mir hey warum kreiere ich nicht gleich einen kompletten look also ihr werdet gleich sehen wie ich die extensions einfärbe und wie ich dann komplett mit langen haaren wieder aussehe ich glaube wer mich von anfang an verfolgt weiß dass ich über jahre extensions getragen habe und von daher bin ich da auch so ein bisschen vertraut was clip in extensions angeht zusätzlich bekommt man übrigens so eine schutztasche mitgeliefert hier sind haare dran also das ist ein schutz für die extensions dass sie eben nicht einstauben und das kann man dann aufhängen man hat zusätzlich noch ein bügel dazu so sehen die extensions aus das ist die hellste farbe das ist 613a die sind 55 cm lang 220 gramm schwer und glatt habe ich was vergessen nachher insgesamt hat man hier sieben clip interessen die clip ins gehen auch sehr leicht auf und man hat immer wieder ein paar auf reserve also man bekommt ich glaube vier stück mitgeliefert falls ein clip in mal verloren geht kann man sich die selbst wieder dran nähen das ist auch ganz einfach das habe ich früher mal selbst gemacht mit einer nadel habe ich sie dann dran genäht und dann halten sie auch also sehr sehr einfach und falls ihr irgendwann mal lust habt auf vp fashion extensions dann könnt ihr auch einen rabattcode benutzen und zwar meinen youtube namen ja ihr könnt meinen youtube namen als rabatt benutzen nein ihr könnt meinen youtube namen als rabattcode benutzen und somit habt ihr einen rabatt gerade sind auch meine haarfarben angekommen und zwar habe ich mir so viele von directions bestellt ihr werdet das jetzt mitbekommen und bleibt für meine längen da habe ich mich für ein lila entschieden das ist zum schluss aber etwas heller geworden für die spitzen für ein helles blau das ist nur lagunenblum super schön finde ich das blau und für den ansatz grün mehrere farben habe ich da benutzt so für den ansatz benutze ich das grün obwohl das hier wieder etwas bläulich aussieht obwohl ich auch midnight blue benutzt habe aber ganz ganz wenig ja alles sehr sehr schnell gerade man braucht definitiv hier mehr produkt man sollte wirklich das doppelte mindestens einplanen nicht unbedingt nur wegen der länge auch wegen der fülle und hier benutze ich das lila seht ihr das ist hier etwas heller sehr sehr schön also ja ich manche darum ich versuche wirklich jedes einzelne haar zu treffen und zum schluss benutze ich lagunenblum hier versuche ich den übergang etwas weicher zu machen also damit man den übergang halt nicht so sieht und ja dann geht es mit der rückseite weiter und da ist das eigentlich dasselbe zuerst grün dann lila und dann blau und das mache ich mit jeder tresse und danach lasse ich das um die 30 bis 45 minuten einwirken und dann sollte man das alles wieder mit kaltem wasser abspülen immer kalt benutzen und so sieht das aus wenn es fertig ist und so sehe ich aus wenn ich extensions trage und dann wenn sie noch knallbunt sind ich kann euch sagen ich kann euch wirklich sagen ich ich saß eben die stimme vom spiegel und habe mir die clip ins immer wieder rein und raus gemacht es ist doch sehr ungewohnt und ich habe wirklich gebraucht die clip ins in die richtige position rein zu klipsen ja übung macht den meister ich habe über zwei jahre definitiv keine extensions mehr getragen aber es ist in ordnung ich finde das ergebnis wirklich gut ich dachte gestern vom spiegel grün ansatz was habe ich nur gemacht ja mein ansatz ist wirklich sehr grün ich habe dieselben farben benutzt wie bei den extensions der ansatz ist grün die längen sind lila obwohl ich sagen muss ich habe das türkise aus meinen haaren nicht richtig rausbekommen und das türkise wurde dann midnight blue das heißt ich habe nicht nur lila in den haaren sondern auch blau aber es fällt hier jetzt nicht so extrem auf und ich finde es ist in ordnung lila und blau geht ja auch eigentlich genial ist extensions sind schon ein tic lila und die spitzen das habe ich aber nur bei den extensions gemacht sind in lagun blue finde ich auch eine ganz ganz tolle farbe seht ihr wenn man sich extensions kaufen möchte finde ich sollte man darauf achten dass es echte extensions sind man sollte gucken woher sie kommen ich finde es ist auch wichtig nicht unbedingt extensions für 20 euro zu nehmen also ich habe angefangen mit kunsthaar extensions es gibt jetzt zum beispiel auch schon kunsthaar extensions was du mit hitze bearbeiten kannst trotzdem merkst du kunsthaar immer das habe ich irgendwann sein gelassen und irgendwann fing ich dann an wirklich echte extensions zu tragen und von daher kann ich euch empfehlen ihr extensions haben möchtet und ihr sagt ihr möchtet sie einfärben oder ihr möchtet ja die haare einfach bunt färben solltet ihr darauf achten dass sie eine farbe wählt die ihr vielleicht lange tragen möchte die ihr vielleicht mit anderen farben kombinieren könnt weil ich finde um die qualität zu erhalten sollte man die haare generell nicht zu oft waschen und man sollte sie auch nicht zu oft tönen oder mit directions bearbeiten bin ich der meinung weil ich finde dass man dann doch irgendwann merkt dass die haare einfach schneller an qualität verlieren die extensions werden einfach nicht mehr ernährt und von daher sollte man immer achten dass man die extensions gut pflegt und dass man so wenig wie möglich mit den extensions macht und ja das sind tada meine neuen haare ich werde die extensions jetzt nicht täglich tragen das nicht aber hier neujahr silvester neujahr finde ich das doch ganz cool das war mein video für euch ich hoffe das video hat euch gefallen schreibt mir doch mal bitte in die kommentare wie ihr die kombination findet es ist sehr gewöhnungsbedürftig cool ist das schon aber ich finde ja es ist schon cool ich muss mich nur dran gewöhnen und bedanke mich fürs zuschauen ich wünsche euch allen eine tolle woche ein schönes neues jahr und bis bald tschüss